Was ist die Wissenschaft, Interaktionen auf genregulatorischem Level zu beschreiben und in der Molekularbiologie umzusetzen? Prof. Fabian Theiss arbeitet interdisziplinär. Für seine Erfolge erhielt er einen Starting Grant des European Research Council. Mein ERC-Grant ist angesiedelt im Bereich PE, also Physics and Engineering. Und die Idee war, dass ich dort Methoden, mit denen ich mich früher beschäftigt habe, sogenannte Machine Learning Methoden, also Methoden, um Muster in großen Datensätzen zu erkennen, dass wir diese Methoden jetzt anwenden in unserem Life Science Gebiet, in Systembiologie. Die Welt besteht aus verschiedensten Systemen. Diese nutzbar zu machen, ist eines der Forschungsziele von Fabian Theiss. Ein Netzwerk besteht aus Knoten und Interaktionen. Jeder kennt zum Beispiel Facebook, wo die Knoten Personen, die Interaktionen, die Freundschaftsbeziehungen sind. Wir möchten jetzt das Gleiche in der Molekularbiologie machen. Zum Beispiel sind bei uns die Knoten dann die Gene und die Interaktionen, deren Regulation. Ein Transkriptionsfaktor kann zum Beispiel ein anderes Gen aktivieren oder inhibieren. Ein funktionierendes Netzwerk hat der Forscher auch am Helmholtz-Zentrum München. Aus experimentellen Daten seiner Kollegen errechnet Fabian Theiss Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen, dass heute die allermeisten großen Volkskrankheiten, sei es Parkinson oder Alzheimer, also diese neurodegenerativen Erkrankungen, aber auch Diabetes, alle sogenannten multifaktoriellen Erkrankungen sind. Das heißt, die haben nicht eine einzige Mutation an einer Stelle im Genom, sondern sind multifaktoriell stark verbreitet. Das heißt, um diese Muster zu entdecken, brauchen wir systemische Ansätze. Unser Beitrag ist dazu, diese Systematik in Netzwerkbeschreibungen und entsprechenden Dynamiken umzusetzen. Das heißt also, wenn man eine Krankheit versteht als Veränderung in einem Netzwerk, dann fragen wir uns, wo diese Veränderungen angreifen und wie wir diese wieder zurückschieben oder anders verändern können. Große Volkskrankheiten heilen, dazu trägt Professor Fabian Theiss bei. Er kann krankhafte Veränderungen mithilfe von Modellen vorhersagen. Er kann krankhafte Veränderungen, dazu trägt Professor Fabian Theiss bei.